Die Kärntner Sparkasse, aber auch der Landesverband Kärnten will einen Beitrag über ganz Kärnten leisten. Der Hauptbeitrag wird sein, dass wir das Bewusstsein schaffen, die Menschen darauf aufmerksam machen, dass Biodiversität und Vielfalt etwas ganz Wichtiges ist, das auch für unsere zukünftige Entwicklung wesentlich sein wird. Aber wir leisten natürlich auch bereits jetzt einen Beitrag, indem wir unsere Filialen CO2-neutral bauen, indem wir auf Holz als Baustuch setzen, indem wir unsere Heizung nachhaltig ausrichten. Also es gibt viele Dinge, die wir machen und wo wir auch ein Beispiel geben wollen für die Menschen hier in Kärnten, dass jeder etwas machen kann. Und ich glaube, jeder kleine Beitrag zählt. Daher ist es auch nur logisch, wenn wir unseren Clem Glauben-Ich oder Glauben-Morgen erweitern auf Glauben-Vielfalt. Denn gerade die Vielfalt ist für unsere Kundinnen und Kunden, aber für alle Menschen in der Region etwas ganz Wichtiges. Mein kleiner Beitrag ist, dass ich zu Hause Bienen habe. Sie sind ein gutes Signal für Biodiversität.